Montags lassen wir die Herzen höher schlagen. Ich stelle mir jetzt vor, das wären ganz teure Schuhe. In welchem Promi schlägt ein Ziegerherz? Höhenachs? Ja? Kenn ich nicht. Du bist so geil. Alter, was ist das denn? Ein bisschen Spaß muss sein. Bei dieser Show geht es Herzschlag auf Herzschlag. Oh Gott, mein Puh, jetzt geht das so hoch. Die Herzschlag-Show. Montag, 20.15 Uhr, neu auf ProSieben.